Der FC Barcelona ist zum 25 Mal spanischer Fußballmeister. Das Team-Um-Matchwinner Lionel Messi gewann am Sonntagabend bei Deportivo La Corruna 4 zu 2 1 zu 0. Punkt, 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 Punkt. Und Barca kann bei noch drei ausstehenden Spielen von Verfolger Atletico Madrid, der elf Punkte zurückliegt, nicht mehr eingeholt werden. Punkt, 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 Punkt. Angesichts der Konkurrenz in der Liga ist das Wahnsinn. Wir haben eine fast perfekte Saison gespielt und uns heute dafür belohnt, sagte Mittelfeldspieler Sergio Bueschi. Punkt, 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 Punkt. Wir durften uns nicht erlauben, zu stolpern. Punkt, 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 Punkt. Wir haben kaum etwas liegen lassen. Messi erzielte in La Corona 3 Treffer 38., 82., 85., es waren seine Ligatore 30 bis 32. Punkt, 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 Punkt. Punkt, La Pulga, zog damit im Kampf um den, Golden Schuh, den Preis für Europas besten Torjäger an Mohamed Zelle, FC Liverpool, 31 Ligatore, vorbei. Punkt, 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 Punkt. Eine Woche nach dem Pokalsieg sicherte sich Barca zum achten Mal das Double. Damit verschafften sich die Katalanen ein weiteres Trostpflaster für das bittere Aus in der Champions League. Punkt, 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 Punkt. Dort war das Team von Trainer Ernesto Valverde nach einem 4-1-Sieg im Hinspiel durch ein 0-3 bei Asrom im Viertelfinale ausgeschieden. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Barca mit allen Stars in La Corona Valverde wollte im Meisterspiel nichts dem Zufall überlassen. Er bot neben den Torschützen Messi und Coutinho auch Luis Suárez und den früheren Dortmunder aus Mane Dembele in der Startelf auf. Punkt, 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 Punkt. Auch Torhüter Marc-Andre Ter Stegen stand wie gewohnt in der Startelf der Katalanen. Coutinho, Siebter, brachte die Gäste in Führung. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Ex-Meister La Corona steht mit der Niederlage als dritter Absteiger nach dem FC Malaga und UD Las Palmas fest. Die Gastgeber kämpften verbissen um ihre letzte Chance. Der vermeintliche Ausgleich zum 1 zu 1 wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Siebzehnt. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt